Der Kraniller ist ja zu früh. Komm raus. Komm raus, raus, raus. Genau. Du musst warten, wenn du merkst, dass er kommt, dann musst du ihn noch ohne den Sprit laufen lassen. Sonst solltest du ihn gleich. Sonst soll er zu viel. Genau. Also lieber noch eine Sekunde warten und dann erst reinschieben, wenn er wirklich auf den Welt. Dann wird es ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Dann gibt es ja etwas anderes. Dann gibt es ja etwas anderes. Der bewegt sich. Du hörst es nicht. Du hörst es nicht. Du hörst es nicht. Ja, die hat ja keinen Gerechen, ab sie, genau, musste man mal anschauen, dann zeig er sich ein, das habe ich gemacht, okay, genau. Okay. Okay, 10 Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ja. 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 Boah. Anders geht's nicht zurück. Ja. Und jetzt geht's nicht zurück. Ja. Hol ps. Danach kann ich nicht sagen... Denk ich bei der DR40 parken da... Bei vorne? Jaja... Wenn die da parken können, dann können wir das noch... Wie fährt man da raus? Ich würde hinterfangen. Ja, aber das ist ja... Ja, die Hergestimmigkeit. Durch C. Das ist hinten und hinten. Dann zwischen den Manschies da durch. Hier ist ein Schräg runter, oder? Sonst geht's nirgends nicht. Na, sonst schon. Aber wir haben das Wasser jetzt auf. Wir haben das Wasser jetzt auf. Wir haben das Wasser jetzt auf. Okay, das ist schon mal.